Einen schönen guten Dienstag und damit herzlich willkommen beim aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Wir haben uns heute extra etwas mehr Zeit gelassen, um zu schauen, ob wir vielleicht live dabei sein können bei der Rückkehr der Infineon Aktie über die 20 Euro Barriere. Hat aber bis jetzt, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Videos, leider noch nicht ganz gereicht. Immerhin ging es per Intraday Top schon bis auf 19,83 hoch. Das heißt, die Papiere sind auf einem guten Weg, das bisherige Novemberhoch bei 19,97 anzusteuern. Damit wäre der Sprung über die 20er-Schwelle dann zum Greifen nah. Und das wäre auch so wichtig, um die bullischen Tendenzen zu untermauern und vor allem, um sich weiter nach oben arbeiten zu können. Nächstes Kursziel nach dem Break, das alte Februarhoch bei 20,30. Damals scheiterten die Notierungen ganz knapp am GD 200 und wurden in der Folge nochmal bis auf das Märztief bei 17,10 Euro durchgereicht, bevor der entscheidende Rallyeschub zündete und der Ausbruch auf das amtierende Jahreshoch bei 21,62 Mitte April gelang. Da sollte es jetzt auch wieder hingehen, wenn gleich an der 21er-Marke nochmal mit einer gewissen Bremswirkung gerechnet werden sollte. Da hat sich im April doch ein größerer Bremsbereich aufgebaut. Dem im Wege steht, klar, das Rückschlagpotenzial auf der Unterseite. Plus 29 Prozent Roundabout in den vergangenen drei Monaten, das macht die Gefahr eines temporären Rücksetzers nicht geringer. Und wie so ein Pullback aussehen kann, haben wir in der vergangenen Woche erst gesehen. Da können wir uns auch gleich den Halt bei 18,65, 18,50 vormerken. Eine Etage tiefer sollte der Bereich um 18 Euro stützend wirken, bevor es bei 17,64 auch schon wieder um die Wurst bzw. die 200-Tage-Linie gehen würde. Ein Test des langfristigen Durchschnitts bzw. der Haltelinie bei 17,22 wäre okay, ein Rutsch unter die beiden genannten Chartmarken allerdings durchaus kritisch zu werten. Denn dann würde sich das Chartbild wieder deutlich auftrüben, eintrüben, auftrüben gibt es gar nicht, eintrüben muss das heißen und die alten Unterstützungen bei 17 bzw. 16 Euro noch einmal aus der Versenkung auftauchen. Und das soll es erstmal gewesen sein für heute. Einen schönen Nachmittag noch für Sie und einen Daumen hoch für mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus bis morgen. Vielen Dank.